Wer lügt? Entweder die Aktienmärkte, die täglich neue Allzeithochs erreichen oder die Kapitalmarktzinsen und der Dollar, die weiter steigen. Normalerweise passiert genau das Gegenteil. So wie wir es gesehen haben zwischen April und Anfang Oktober, da sind die Kapitalmarktzinsen gefallen, die Renditen also gefallen. Ergo Geld wurde billiger, was dadurch Liquidität verbilligt. Also steht den Aktienmärkten mehr Liquidität zur Verfügung. Also steigen die Aktienmärkte. Jetzt haben wir seit Anfang Oktober das Gegenteil. Die Kapitalmarktzinsen steigen. Daneben steigt auch noch der Dollar und damit wird Geld teurer und die Aktienmärkte steigen trotzdem. Wer hat Recht? Einer davon lügt. Oder wenn wir das jetzt als zwei Gegenspieler sehen, auf der einen Seite die Aktienmärkte, auf der anderen Seite Kapitalmarktzinsen und Dollar, dann hat eine Partei eben Unrecht. Und das Interessante ist, sowohl die Aktienmärkte sind stark überverkauft, bräuchten eigentlich dringend eine Korrektur, als auch der stark überkaufte Dollar und die stark überkauften Kapitalmarktzinsen. Ergo die Anleihekurse fallen ja, wenn die Renditen steigen und die Anleihenmärkte sind überverkauft. Das heißt, mit anderen Worten, alle Märkte hätten Grund zu korrigieren, also die Aktienmärkte eine Korrektur zu absolvieren, ebenso aber eben die Anleihenmärkte sich zu erholen mit dann fallenden Renditen, fallenden Kapitalmarktzinsen und ein wieder etwas schwächerer Dollar nach diesem Run. Das ist das Seltsame und wir wollen uns die Konstellation mal anschauen und sehen hier in diesem Chart von Michael Silver sehr eindeutig. Seit April ist das Muster so, der Dollar fällt, TNX, das sind die Renditen, die Renditen fallen, Geld wird also billiger, was Sie hier in der Mitte sehen und die Aktienmärkte steigen, der S&P 500 ging nach oben. Seit Anfang Oktober geht es mit den Aktienmärkten weiter nach oben, aber TNX, also die Renditen steigen sehr deutlich, ebenso wie der Dollar sehr deutlich steigt. Übrigens sind jetzt die Kosten, um sich gegen Schwünge, gegen Volatilität im Dollar abzusichern, deutlich gestiegen, gerade vor der US-Wahl. Also wir sehen ein Muster, das nicht zusammenpasst. Normalerweise entwickelt sich das gegenläufig. Jetzt sehen wir, es entwickelt sich parallel. In einer Situation, wo Anleihen in Relation zu Aktien so attraktiv sind wie seit Jahren nicht mehr, hatte ich gestern in einer Grafik gezeigt, liegt auch daran, dass die Dividendenrendite der S&P 500 Aktien eben immer geringer wird. Wir sind jetzt bei 1,287, das Tief im Jahr 2021, als die Fed also die Zinsen auf 0 gesenkt hatte, Liquidität ins System geschüttet hatte, lag bei 1,2624, also minimal drunter. Das Allzeittief war praktisch in der Dotcom-Blase bei 1,05. Also wir sehen, Aktien werden in Relation zu Anleihen immer teurer. Und jetzt ist eigentlich das, was sich verschoben hat, ist die Zinserwartung, die faktisch jetzt sich in eine Richtung verschoben hat, die viel weniger Zinssenkungen erwartet, als das vorher der Fall war. Man hatte ja gedacht, die Fed wird jetzt ganz schnell die Zinsen senken. Aber wir sehen jetzt zum Beispiel die Märkte, nämlich die Fed Fund Futures, preisen eine nullprozentige Wahrscheinlichkeit ein, dass die Zinsen im Juni 2025, also in etwa einem Dreivierteljahr, unter 3,25 Prozent liegen. Die Wahrscheinlichkeit, die man einpreist, ist 0 Prozent. Das war vor kurzem noch, vor wenigen Wochen, nämlich Beginn Oktober, vor knapp zwei Wochen, war die Chance größer als 50 Prozent. Wir sehen also, was sich da verändert hat. Und das sagt uns auch, dass die Märkte mit dieser großen Zinssenkung, Durchstellung Paul, die wahrscheinlich ein bisschen befohlen war durch Finanzministerin Janet Yellen, so kann man spekulieren, um den Demokraten bei der Wahl zu helfen. Jedenfalls sehen wir, dass eben die Märkte sich sagen, damit schafft ihr es nicht, die Inflation auf 2 Prozent nach unten zu kriegen, wenn ihr so agiert, wie ihr agiert. Und wir sehen diese Verschiebungen am Anleihemarkt eben auch in den Break-Events, in den Inflationserwartungen, die an den Märkten gehandelt wird. Wir haben hier die verschiedenen Laufzeiten, 5, 10 und 20 Jahre. Und alles schießt dann nach oben. Die fünfjährige Inflationserwartung jetzt mit dem größten und schnellsten Anstieg seit März 2023. Und damals war nicht zuletzt im Gefolge des Renditeanstieges die Silicon Valley Bank kollabiert. Das dürfte jetzt nicht diese Auswirkungen haben. Aber wir sehen, das ist schon eine relevante, eine schnelle Bewegung gewesen. Und so reagieren dann auch erste Fettmitglieder wie Bostik, der kürzlich gesagt hat, also ich wäre offen für eine Pause im November bei der nächsten Sitzung. Gestern dann Waller, der gesagt hat, naja, wir müssen hier ein bisschen behutsamer vorgehen, müssen langsamer vorgehen. Also der sagt, lasst uns vorsichtig sein. Und dementsprechend sehen wir, dass die Zinssenkungserwartungen weiter ein bisschen gefallen sind. Hier sehen wir das mal. Wie ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Fett 8 Zinssenkungen macht, also 8 mal 0,25. Die ist jetzt deutlich gefallen, lag vor kurzem auch noch über 60%, ist jetzt etwa bei 20%. Also wir sehen, was sich da verändert hat. Die vermeintlich guten Daten, an denen, zumindest was die US-Arbeitsmarktdaten betrifft, ein bisschen zu zweifeln ist. Aber wir hatten eben auch einen starken ISM-Index, dem ich eher glaube, weil es ein privatwirtschaftliches Institut ist, das nicht jetzt unbedingt das Interesse hat, schöne Zahlen zu präsentieren, wie eine Regierung, die kurz vor den Wahlen steht. Aber sei es drum, jedenfalls diese positiven Daten haben die Zinssenkungserwartungen nach unten gebracht. Den Aktienmärkten ist das aber egal. Ich hatte gestern hier diese Euphorie gezeigt für den Greed-Index im Extrembereich. Equity-Put-Call-Ratio, also Absicherungen auf der Unterseite so niedrig wie seit über einem Jahr. Nicht mehr Junk-Bond-Renditen, also ein Risiko, dass Kredite ausfallen. Könnte man das übersetzen bei diesen Junk-Bonds. Da sind die Risikoprämien so gering wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Und all das in einer Situation, wo wir jetzt auf dem Allzeithoch sind, was den Buffett-Indicator betrifft. Also die Relation des Aktienmarktes in Relation zum BIP der USA. Also wir sind sehr, sehr teuer unterwegs. Und das alles vor der Situation, dass wir jetzt eigentlich vor der Berichtssaison stehen, wo man erwartet, dass die 493 Unternehmen im S&P 500 gar kein Gewinnwachstum zeigen. Während die Magnificent Seven ein bisschen was zeigen, aber nicht mehr so stark eben wie zuletzt. Also man senkt die Erwartungen. Hier sehen wir das nochmal, die Earnings Per Share Estimates für 2024 und 2025 gehen weiter nach unten. Aber man liest dann solche Headlines wie die S&P 500 erreicht Allzeithoch eben wegen Earnings Optimism. Also weil man optimistisch ist, dass die Earnings besser reinkommen. Und ja, teilweise sind sie es auch. Wir sehen das hier. Wir haben jetzt 30 Firmen gehabt aus dem S&P 500. Also 30 von around about 500. Ja, 6% oder was das sind. Und wir sehen, wir haben 73%, die bei Earnings Per Share geschlagen haben. 57%, die bei den Umsätzen geschlagen haben. Und 53%, die bei beiden geschlagen haben. Aber wie gesagt, diese Erwartungen sind vorher sehr, sehr stark gesenkt worden. Extrem stark gesenkt worden. All das ist durchwachsen im Vergleich zum letzten Quartal. Da war die Quote 81, 52 und 46. Also um und bei, kann man sagen, in dem Feld, das wir im zweiten Quartal hatten. Und jetzt geht es weiter heute mit den Banken, mit der Citigroup. Aber noch wichtiger dürfte Bank of America sein, nachdem es Gerüchte gibt, dass die Bank ein bisschen Probleme bekommen hat. Und diese Gerüchte werden dann auch befeuert durch die sehr starken Verkaufsaktivitäten von Warren Buffett, der ja schon seit vielen Jahren Aktionär ist und so schnell verkauft, wie man verkaufen kann. Er ist jetzt wohl unter 10%, ist damit nicht mehr meldepflichtig, was die Bank of America betrifft. Also das könnte heute Mittag, wird vorbörslich, werden diese Zahlen veröffentlicht, der nächste Katalysator werden. Gestern positive Aktienmärkte. Wir sehen wieder Utilities vorne, also Versorger. Also eigentlich das, was ziemlich langweilig ist, aber meistens Dividenden stark. Aber diese Versorger profitieren eben auch von dieser KI-Euphorie. Google gestern mit diesem Deal. Da will man sich sozusagen Mini-Atomkraftwerke sichern, um den Strom zu bekommen für die Datacenters. Utilities for Technology, Real Estate, Industrials. Das ist die Reihenfolge-Energie ganz unten. Warum, werden wir gleich sehen. Jedenfalls gestern der zweitschwächste Umsatz des gesamten Jahres. Gestern war ja so ein halber Feiertag. Columbus Day, die Banken geschlossen. Einige Bundesstaaten hatten frei, andere nicht. Also es war auf jeden Fall im Future-Markt, wie auch beim SPY, Totentanz. Wenn da jemand aus Versehen mit der Stirn auf die Tastatur gefallen ist vor Langeweile und damit eine Kauforder ausgelöst wurde, dann hat man das schon sehr stark in Kursbewegungen bemerken können, so ungefähr. Und Profiteur war gestern wieder mal Nvidia, Nvidia, Nvidia. Die Schaufelverkäufer, die jubeln und sagen, ja, 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 man reißt uns die Schaufeln aus der Hand. Nvidia hat jetzt fast aufgeschlossen zu Apple, hat Microsoft deutlich überholt. Da sehen wir hier oben, diese blaue Linie ist Nvidia, die schwarze, darüber ist Apple. Also das wird jetzt ein Kampf, wer ist mehr wert. Und das alles vor dem Hintergrund, dass Nvidia zu Beginn des Jahres, und das ist ja nicht so fürchterlich lange her, nicht einmal die Hälfte wert war dessen, was Apple wert war. Jetzt hat man das fast ausgeglichen. Heute Nacht dann die Meldung, dass die USA überlegen, bestimmte Chip-Verbote zu erlassen für den Export von Nvidia-Chips und AMD in einige Länder, vor allem des Nahen Ostens. Also das ist auch immer mehr Politik. Und Politik ist das Stichwort, wenn wir uns die Märkte anschauen, etwa Bitcoin, das gestern profitieren konnte, von der gestiegenen Wahrscheinlichkeit, dass Trump doch diese Wahl gewinnt. Wir sehen, Goldman Sachs und wir, auch UBS, die haben so eine Art Republican Victory Basket, also die Aktien, die profitieren würden, diese Segmente, die profitieren würden, wenn Trump gewinnt, gegenüber den Segmenten, die profitieren würden, wenn Harris gewinnt. Und wir sehen, der Abstand wird größer. Deswegen auch, oder einer der Gründe, warum gestern Bitcoin gestiegen ist, habe ich gesagt, dass Bitcoin gestiegen ist. Ich wollte es auf jeden Fall mal erwähnt haben, meine Damen und Herren. Und hier sehen wir, was sich da verschoben hat. Im September war es noch so, dass eben Harris dieses Momentum hatte und das hat sich jetzt ziemlich umgedreht. Harris hat Probleme bei schwarzen Wählern, hat Probleme bei Hispanics. Das sind dann in der Summe schon mal 30 Prozent. Dazu hat sie Probleme, offenkundig Männer zu überzeugen, weswegen Obama gerade schwarze Männer adressiert hat mit einer Rede und gesagt hat, warum weigert ihr euch hier die Harris zu wählen, nur weil sie eine Frau ist. Naja, ob das wirklich die Begründung ist. Sie hat offenkundig ein paar Kompetenzdefizite, wenn man ihre Reden hört. Sei es drum, wir werden jetzt in eine Phase eintreten, wo Yom Kippur in Israel vorbei ist. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit eines Gegenschlags Israels. Und jetzt hat gestern die Washington Post gemeldet, ja, also Netanyahu hat gesagt, also wir werden nur Militäranlagen versuchen zu treffen, nicht aber Nuklearanlagen oder irgendwelche Ölanlagen. Und diese Meldung, die hat den Ölpreis gestern deutlich unter Druck gebracht. Deswegen auch der Energiesektor gestern am S&P 500 gefallen. Ich kann mir vorstellen, dass die Israelis solche Nebelkerzen werfen. Also, dass das gar nicht stimmt, sondern dass man hier so ein bisschen beruhigen will, weil Netanyahu eigentlich das als historische Chance sieht, jetzt den Iran auch zu schwächen, nachdem er Gaza praktisch eliminiert hat, so hart muss man sagen, nachdem die Hezbollah doch sehr deutlich geschwächt ist, jetzt den Drahtzieher hinter all diesen Dingen gleich mit scharf anzugehen, den Iran. Das ist eine, aus Sicht Netanyahus, einmalige Gelegenheit, wie er gesagt hat. Und wenn wir jetzt nochmal nach China kommen, hier werden jetzt Reiche besteuert, die Overseas-Investments haben, also zum Beispiel Immobilien gekauft haben in Kanada oder in den USA. Die werden jetzt sozusagen in die Mangel genommen, weil die Regierung brauchte Geld. Jetzt geht es wieder um Umverteilung. Die Reichen sind schuld, die müssen jetzt bluten und jetzt müssen die Banken wohl auch nochmal die Deposit Rates senken, also die Zinsen auf Einlagen senken, um eben den Immobilienerwerb billiger zu machen. Aber das Problem ist, sie haben immer mehr faule Kredite, gleichzeitig sinken die Margen. Offenkundig ist der Markt nicht so wirklich davon überzeugt. Wir sehen den Hang Seng jetzt fast 3% im Minus, nachbörslich dann sogar noch stärker unter Druck. Sieht jetzt nicht mehr so richtig schön aus, diese Rally in China. Mal sehen, wie es weitergeht. Aber offenkundig reicht den Märkten das nicht, was da passiert ist. Und lange gereicht hat es auch denjenigen, die Derivate gehandelt haben, wie CFDs, Futures, Optionen, Swaps, wie auch immer. Ja, und da gab es ja diese Verlustbegrenzungsanrechnungsfähigkeit, also dass man nur Verluste bis 20.000 Euro anrechnen konnte. Und das ist jetzt praktisch vom Tisch. Das ist für viele eine sehr, sehr gute Nachricht, denn das hätte die richtig viel Geld gekostet. Jetzt ist das vom Tisch von der Ampel selber abgeräumt, weil man erkannte, dass man das juristisch nicht durchziehen kann, dass man vor dem Verfassungsgericht keine Chance hat. Also der ein oder andere, der das sieht, vielleicht noch nicht erfahren hatte, der könnte jetzt gute Laune haben. Die Aktienmärkte haben auch gute Laune. Wird der nächste Schub jetzt eben die Berichtsaison oder kommt die große Ernüchterung? Erste Empfehlung, meine Damen und Herren, als Artikel. Und die zweite, wir schauen uns oder haben uns angeschaut von einem China-Kenner mal die Maßnahmen. Und der sagt, das ist ein Orchester ohne Dirigent. Da wird hier Auftritt Finanzminister, Auftritt ein anderer. Irgendwie ist das alles so ein bisschen unabgestimmt, nicht logisch. Man denkt, man hat ein zyklisches Problem, weniger ein strukturelles. Genau das Gegenteil ist der Fall. Hochinteressant, wie ich finde diese beiden Artikel. Jetzt sage ich Servus. Ciao.